Wir schaffen das bestimmt, meine hochverehrten Zuschauer. Irgendwelche Ratten im Dunkeln werden jetzt vernichtet. Diesmal wieder mit Zwerg und Pickaxe. Ich hoffe, sie wird etwas taugen. Wir werden sehen. Wie viel Schaden muss man eigentlich an den Monstern machen, damit sie mit einem Angriff kaputt gehen? Keine Ahnung. Oh, komm, Pauli. Ich glaube, die Rechnung war irgendwie... ...verunsagter Schaden geteilt durch 10 und so. Und du kannst halt auf die Ape gucken. Steht irgendwo. Davon gehe ich auch aus. Dann weiß man nämlich, ob ich die kleinen Viecher mit einem Schlag kaputt machen kann. Ja, das ist doch nutzig. Die Typen gehen jetzt bei der Tür, wenn ich mit einem Schlag schlafe. Berserker! Woher kommt der denn jetzt von hinten her, wenn ich will? Jetzt hat sich... Jetzt hat sich... ...getan... Ich hab's nicht gesehen. Hier ist ein... ...eine Potion. Ah, hier ist ja schon weiter. Ihr müsst auch mal looten hier. Ja, looten wir auch. Das ist doch... Das ist doch... Oje. Oje, ich bin weg von der Party. Ja, ich... ...asso, aber doch. ...winde... Oh, ja, kein Spiel. Ah, es gibt doch einen Leech. Ich hab' den so ein paar mal gehauen, aber er lebt. Ich glaube ich habe einen. Go,yle Deer ist down. Ja okay. Die Welle ist auch tot. Ja, die kommen hinter uns. Kommt einer hier. Die sind ganz schön wild. Ja, die haben ganz wenig Angriffsschwindigkeit. Ich bin glücklicher, wenn ich eine Waffe mit hoher Angriffsschwindigkeit habe. Vielleicht sollte ich den Slayer mit zwei Einhandhexen nehmen. Hier gibt's Verbandswerkzeug. Ja, 11 Level 1. Achtung! Ah, sehr gut, krass. Ich bin froh, dass er zu viel überacht hat. Oh, das ist eine Racken-Pattorgie. Schau mal, ich bin froh. Ach, du... Ähm, wie? Ach, ich glaube, wir waren da gut, ne? Wo ist er? Ja. Da ist die Patti plötzlich. Oh Gott. Oh, du Schande. Das wäre eine gute Gelegenheit für den Zwergen. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn auch. Das sind echt verdammt viele. Ich glaube, meine Fähigkeit hat langsam aufgehört. Oh nein, die Elf ist zu. Uiuiui. Das war ganz schön hart. Das war mal ne Party. Ich hoffe, es hat was gebracht, dass alle Sturmbraten auf mich sind. Ich glaube schon. Ja. Hier sind Heals und... Wo sind Heals? Ich sehe keine Heals. Hier. Ich hab dich schon gehalten. Ich auch. Ah, das sind noch mehr. Danke. Das sind noch mehr. Und beide mit. Den kannst du mehr. Alles einsam. Ich heile euch jetzt übrigens auch noch, wenn ich mich selbst teile, um 20 Prozent. Ja. Wunderbar. Also, sagt einfach, wenn ich... ...wenn ich... ...wenn ich... ...wenn ich... ...wenn ich... ...wenn ich... ...wenn ich... ...kann ich... ...wenn ich... ...wenn ich... ...wenn ich hab schon. Na klar. Ja. Da geht es noch viel zu gründlich. Wer hat denn die Zeit zu gründlich zu tun? Es ist einfach... Die Elfer hat nur in Level 1. Ja, der... ...der... ...Livety Harp hält. Guter Held. Aber der hat dann sicherlich schon vorher mit anderen Charakteren... ...gelebt. Ja, der ist trotzdem nicht gut. Ja, das ist eine andere Geschichte. Hm. Verdammter... ...ich strömt sauber wieder. Das hört sich irgendwie an wie ein Chaoskrieger von irgendwo. Ja. Unfass. ... Schön. So. Was passiert denn da jetzt? Ja, der war so ein Lightstar. Aber der hat... ...der Ragnar nicht killed. Na, ein Glück. Allerdings. Was? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Fass ist drauf. Oh, crap. Oh, crap. Was? 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 Oh, cool. Oh, cool. ja noch zu tun ich kann aber das ist er schon wieder tot wenn man die zählten er ist so Ragnar auch nicht noch ein Fass für... Nein, das ist schon offen. Nee, nee, für... für... Auskrieger. Das Buch braucht man doch nicht. Na, da steht aber eins hinten. Das ist aber neu, oder? Ja, haben wir aber eingefügt. Sinnvollerweise, weil es total befreundet und behindert war, das immer von vorne mitzunehmen. Ist das eine Mommel? Ja. Ja. Das ist ein Gesamtgeber. Ich muss auf den Tank schlagen. Was passiert denn dann, dass der Gas hatte? Oh mein Gott, die Elf ist ja grau, oder was ist schlägt? Geht weg aus dem Zentrum! Oh Gott! Geht weg aus dem Zentrum! Wo ist die Beratung? Papa wurde weggegibst. In der Krillen sollte man. Ich hab's verliebt. Okay, das hat doch ganz gut funktioniert. Ist noch ein Leech. Es ist nicht immer irgendwo einer. Das muss auch noch irgendwo. Offenbar. Das darf nix. Ja, ich hab irgendwie auch daneben gehauen. Anfaszine! Da muss man ganz schnell schießen. Oh, ne. Platz hier auf einen zuhüpfen. Und... Ah, jetzt kommt die Lieblingspassage. Es ist ziemlich dunkel hier. Lass uns da schnell durchschieben. Lass uns da schnell durchschieben. Abwaffe! Abwaffe! Da ist Heilung! Oh nein, jetzt kommt die Welle. Schi... Und die Elf hat die Karren schon weiter bewegt. Das war richtig dumm. Nein, ich hab den Kran bewegt. Okay. Ah, hast du den Himmel bewegt? Ja. Oh, okay. Aber ich kann meine Spezialfähigkeit noch benutzen, um alle zu mir zu locken. Sehr. Aber geht's ja nicht. Oh, geht's ja nicht. Oh Gott, da ist irgendwo ein Kreisverwacht. Ja, irgendwo. Leute, das ist gerade echt nicht gut. Das war meine Regeln. Ich... Du wirst nicht weggeworfen. Bei dem Sturm. Kannst eins noch weggehen. Ich werde mich schnell. Ja. Erst versucheln. Ich seh überhaupt gar nichts. Und mich wundert total, das... Wäre nicht fürchterlich... Ja. ...vernichtet werden gerade. Und weil ich einfach das schon so in Fleisch und Blut habe gegen die Typen zu kämpfen, dass ich nicht wirklich was sehen muss dafür. Oh Mann. Ah, dann werden wir das Blut ja mitgenommen. Nein, hier sind Blut, Leute. Er lag da immer am Bluten aus, als es gibt Blut zu holen. Ja. Ja. Ich les nicht gern. Hm. Les... Was? Natürlich gut. Aber wir verkaufen die auch, glaub ich, nur. Ja. Ich hoff's. Oder was... Irgendwie so sollten wir sonst... Ähm... ...besseren Lied dafür können. Warte. 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 Der stirbt dauernd, schließt auch nicht. Ja, im Winkling. Leute, es kommt eine Welle. Die kommen nicht auf, oder? Das ist nicht zu viel. Oh! Was? Hast du dich nicht gerade erst geheilt? Was? Hattest du dich nicht gerade erst geheilt? Nee, bist du? Ich muss mit Games dann gleich. Zeig nochmal. Hattest du dich nicht gerade erst geheilt? Doch. Ausgezeichnet. Ja. Ja. So, hier ist noch ein Wimmer. Hm. So, willst du das mitnehmen? Hm. Heute nur noch fängst. Was ist das denn hier für ein Ort? Ja. Wahrscheinlich haben die Ratten hier ihre Private-Teile. Ah, da hinten ist es. Ach so, der Ragnarzt schon. Da muss man nicht hier überhaupt führen. So, nein. Agner, die wüsste. Ein Profi ohne Ende, ey. War, warst du das doch mitgenommen? Du warst? Geh' ich schon fast drüber. Ich hab' gedacht, er kommt da nicht hoch. Sondern, ah, ich bin nah. Bis zu spät. Aber so, da wurde erbunden. Man kann der Mensch. Hm. Ja, ich hab' gedacht, man kann da zurückspringen. Ja. Dann eben, äh, ein Verworte. Ja, ja. 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 pools Rat kalten Verwurter He FEH Ich glaube, es ist ein Raus. Ho jede after den Tentakel nicht blocken Oh Gott vom Tentakel musst du ausweichen mit dem zu schlecht Oh, die Elf ist mal so tot, Mensch Oh, Mensch Oh, nein, das ist natürlich auch hier nicht der Oh, nein, das ist natürlich auch hier nicht der Oh Gott Gasratte Oh, Mann Achtung, Horde an Nerven-Tüben Was? Schau hinter dem Typen Okay, er ist da, er ist da Alle kommen zu mir Oh, nein, das hat... Ich bin trotzdem tot Das war ne gute Sache Ich hab' mich nicht geholt, du kannst versuchen, die zu tun Mir steht nix mehr, die sind alle gepolt worden In der Wand eingeklemmt Verdammt 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 Ich muss aber auch sagen, wir hätten ein massiven Klotzerbein mit diesem Elfen Und mit mir Ja Ja, die Chaos Brut kam ein bisschen ungünstig gerade Ziemlich Ja, gerade kein Level abgeschafft und nicht mal Schaden gemacht, ist ja furchtbar Ich dachte, ich hätte Gutschaden gemacht, aber offensichtlich nicht Ich dachte, ich hätte Gutschaden gemacht, aber offensichtlich nicht Hm... Das war mal wieder erbärmlich Ah... Nächstes Mal nicht wie den Slayer Wir haben vor allem einfach überhaupt kein Damage gegen Monster gehabt Wir haben ziemlich lange gegen die Chaos Brut gekämpft, wird ja praktisch nichts gemacht Ja, und die hat sich einmal geheilt Äh, Hamster, diese Chaos Brut, wenn die einen packt, dann kann man sie, indem man Specials zündet, da raushauen aus ihrem... Aus diesem Greifen Das hab ich gehört Und wenn du dann näher dran gestanden wärst, hättest du dich sozusagen unterbrechen können Aber... Tja, damit hat Don Marioci uns vernichtet Wir bedanken uns bei ihm und bei den Zuschauern Und bis zum nächsten Mal